Herzlich Willkommen zu den X-Tipps Spieltagstipps. Heute mit Michael Fink, Hanau93 und wir tippen heute den zweiten Spieltag der Verbandsliga Süd. Es geht los mit dem ersten Spiel am Sonntag, der SG Rot-Weiß FFM gegen FV Bad Vilbel. Bad Vilbel auch starke Saison gehabt und Rot-Weiß gerade ist ein Aufsteiger. Ich glaube trotzdem, dass Rot-Weiß 2-1 gewinnt. Das nächste Spiel dann Türkgücü, Friedberg und Eintracht-Wald-Michelbach. Die waren Nachbarn gewesen letzte Saison in der Tabelle. Türkgücü zu Hause, glaube ich, sind die stark. 1-0. Die nächste Partie dann der FC Alsbach gegen Viktoria Nidda. Da tippe ich auf den Unentschiedenen. 2-2. Die nächste Partie dann der SC 1960 Hanau, euer heutiger Gegner. Vierter Platz gewesen letzte Saison gegen Aufsteiger SV FC Sandsack FFM. Ich glaube, das wird ein klares 3-0. Dann um 15 Uhr FC Bensheim gegen den Usinger TSG. Wie wird das ausgehen? Ich tippe auf einen 0-1. Dann der TS Oberroden gegen TSV Wartanspor HG. Auch eine starke Saison gehabt. Ja, tippe ich auch einen 1-2. Dann Rot-Weiß Darmstadt gegen SG Bruchköbel. Darmstadt gerade abgestiegen aus der Hessenliga. Die wollen bestimmt vielleicht auch wieder nach oben. Definitiv. Es gibt eine 2-0. Und als letztes dann euer Spiel. Der erste Hanauer FC gegen Germania Oberroden. Wie wird das ausgehen? 1-0 für uns. Wer macht das Tor? Cara. Dann viel Erfolg dafür. Das waren die X-Tipps Spieltagstipps.